hallo liebe leute und willkommen zurück zu minecraft so wir sind wieder hier in unserer alchemistenschule die noch gar nicht steht die wir erst bauen und wir machen hier weiter mit der mauer wo ich letztes mal schon angefangen habe da unten ja das werden wir füllen aber ich will gerne noch vorher eine kleinigkeit erledigen dazu muss ich allerdings nach vorne laufen über die bröcke ich habe doch da schon bäume gepflanzt das werde ich jetzt auch gleich noch mal machen weil ich da nämlich gerne so große bäume haben hier direkt gleich am anfang stehen hätte gut ich hole mal ja doch ich hole noch mal setzlinge ich baue nicht die ab ich brauche sowieso weiter hinten auch noch welche bei der anderen bröckenseite so wir haben hier ja ist alles voll hier so ja genau bruchstein brauche ich auch hier war das nicht hin aber hier ja doch das kann ich ja ja das ist passt so kann ich so lassen das kann ich ja gleich noch machen wir setzen den dorthin jetzt muss ich schauen von da ach so da ist da die mauer ach so ja ok gut dann sind die mal ein bisschen versetzt und hier machen wir das auch da stehe weg so ok jetzt muss das ganze nur noch funktionieren ja wenn ich dann werde ich das sehen und dann lasse ich mir was anderes einfallen da ist ein bisschen anders krams zeugsel drin so ja das können wir so lassen dann will ich das hier oben erstmal noch sein lassen und mit der mauer unten weitermachen eine treppe kommt da auch noch hin wo genau weiß ich noch nicht ja gut ich spreche jetzt noch mal runter das haben wir so dass da will ich weg machen weil ich da nämlich mit dem zauberstock arbeiten will so ok gut das heißt wir legen da unten mal eine reihe hin ich weiß noch nicht was ich da mache ja doch ich werde das so machen so du kommst auch weg und da jetzt habe ich aber nichts anderes mit ja das machen wir dann noch da kommen dann noch diese mauer hin oder setzen auch den dahin das passt eigentlich auch ja genau ok das geht dann nach oben ne der ist hier wieder weg wir werden die mauer dann auch noch ein bisschen verzieren und ein paar stützpfeiler so streben hin machen aber jetzt machen wir erstmal das Grundgerüst hier oh da habe ich ja zu viel gesetzt das ist auch weg das da oben da komme ich da hin ja so das setze ich eben von der hand hin aber das wird schon wieder nacht oh ich will ja nicht runterfallen ja gut es ginge ja nicht weit nach unten was ist denn da aha ja dann kann das so bleiben ok dann mache ich jetzt noch den hier weg und den hier so ich sollte genug da haben dann schauen wir mal genug material meine ich jetzt so also ich muss ja ne Moment ich muss hier ja dann baue ich mir daneben was hin hier mit ein bisschen Abstand ja das sieht gut aus ok Moment es wird schon dunkel aber das macht nix so und so und damit sind wir fertig damit so und schon bin ich oben und ab ins Bett haben wir die Mauer noch fertig gemacht also zumindest vorerst mal den den ähm anfangen hier achso ja der Zauberstab kommt jetzt erstmal wieder weit weg das kommt auch mal von da oben weg so ach ich habe auch schon weitere Ideen wie was ich noch alles machen will das kann ich euch gleich mal erklären das werden wir gleich anfangen ich will da vorne irgendwo da in der Ecke so will ich ein Silo machen oder vielleicht sogar zwei das ist eigentlich auch nicht verkehrt aus Ziegelstein und dann komme ich hier ein oder zwei Gebäude hin zu schuppen und sowas und der Rest kann mit Felder vollgemacht werden und ich wollte eigentlich noch hier einen Durchgang machen irgendwie was unterirdisches die Idee finde ich immer noch gut aber wir kommen ja nicht über diese über das Tal hindurch einfach so hier in dieser Ebene darüber auf die auf das hier und dann da unten einen unterirdischen Gang durch dahin und dahin das hätte ich gerne gehabt aber das das will ich aber gerne immer noch machen aber da müssen wir so weit nach unten gehen das ist auch nur Sinn ich wollte das ja gerne so möglich ist in dieser Ebene ach ja die Treppe müssen wir auch noch bauen ja stimmt die mache ich glaube ich da vorne hin ich weiß noch nicht so genau wie ich das machen soll ja also jetzt will ich mal eine Stütze versuchen erstmal so irgendwie so irgendwie so ja doch so so könnte man das ja schon lassen ja so in der Art hatte ich mir das vorgestellt das machen wir dann da auch aber dort jetzt ne dort nicht ne dort nicht na ab ist es noch näher hin Moment jetzt bin ich hier zu weit weg so dann zwei freilassen und dann nochmal zwei und da einer und das machen wir auch hier mal schauen wie das ausgeht ich versuche mal Moment Leute ich geh mal ein bisschen weiter weg dann schau ich mal ob ich da was in die Mitte hin kriege ach ich hatte ja auch vor Moment mal ich muss mal schauen da ist so eine Ecke ja ja da also auf jeden Fall aber da da könnten wir einen Karossenbaum hin pflanzen so mal schauen ob das gelingt achso ich laufe okay das darf ich ja da nicht machen oh das sieht ein bisschen komisch aus hier egal darum kümmern wir uns später achso ich wollte ja von da hinten schauen darum kümmern wir uns später wollte ich sagen so wir machen da drei Stützen hin hier einen in der Mitte genau da wo das die Erde noch ist hier ungefähr so achso das schaffe ich ja wieder nicht ja okay gut ähm was ist das jetzt hier so das krieg ich weg okay gut dann hier und diese und diese so okay jetzt teilen wir das nochmal auf machen wir einfach hier hin achso ich kann ja am besten hier hoch ja das kann ich von unten machen oben wieder zwei freilassen dann werden das drei genau da einer und jetzt das letzte machen wir dorthin achso ich muss ja wieder hoch ja so und so okay gut das wären so diese Stützen ja das finde ich gut und dann wollte ich gerne noch so Verzierungen in die Mauer rein machen ähm ich brauche mal eine Werkbank ich stelle die mal da hin schon wieder so ein doofes Ei ähm das geht doch so ja genau na jetzt glaube ich brauche ich aber noch mehr ja die Werkbank lasse ich so stehen aber die kommen da wieder rein das will ich aber auch senkrecht machen wir machen einfach mal hier so daneben oder was hin na komm so genau dass da so ein bisschen so Verzierung mit drin ist und jetzt muss ich mich da hoch bauen ja ok ich könnte ja dann muss ich da unten wieder hin ja das ist auch doof so einmal links und rechts neben den Peilern oder den Stützen oh ja doch das sieht gut aus dass man da so ein bisschen was sieht ja das ist schön ok machen wir noch was mal da ok machen wir noch mal da ach so ne das geht ja nicht ich muss mich ja da hoch bauen sonst komme ich ja da nicht mehr voran oder ich mach das ja das das passt auch so ja genau ok das wird zwar wieder zugestellt dann aber ja doch das sieht gut aus da kann man auch hochklettern ja gut das ist mir egal so machen wir das da auch noch hin so mach mal hier was so mach mal hier was und so ok das passt ich könnte eigentlich auch die Mauer schon mal fertig bauen so wie ich das vor habe das sieht gut aus oh das sieht gut aus ja will ich da eben das quer noch haben das ist ja eine Frage was wir da so in Materialien haben ich glaube hier ist das ja genau da ist das ganze hier breiter aus dem Bruchstein kann ich ja sonst nur ristige naja ristige will ich da nicht haben und irgendein Holzmittel ne das finde ich auch nicht hm ich will solche auch nicht drin haben nö dann glaube ich äh sieht es schlecht aus ich könnte Öfen vielleicht hinbauen dann verkehrt herum reinbauen das probiere ich mal aus wie das denn aussieht das wird ein bisschen komplizierter das könnte man hier in der Mitte machen ok ich schau mal so und zwar einmal achso dann muss ich ja das wenn ich das jetzt so hinsetze naja dann ist das ein Ofen das will ich nicht haben ich muss das dann irgendwie seitlich ne das geht so auch nicht boah wird das kompliziert dann müsst ihr den ja von hinten sehen können Moment mal ich probiere das mal aus ich setze das mal irgendwie so hin ach toll jetzt falle ich raus na gut nochmal ohja dann kann ich das auch gleich hier machen wenn ich jetzt hier ne das geht nicht doch wenn ich den jetzt so hinsetze dann sieht das so aus ja das ist eigentlich ganz nett aber wie soll ich den Ofen da hinsetzen da muss ich ja in die Mauer halten das ist immer zu aufwendig achso jetzt fehlt da was ja oh aber warte mal ich kann doch so einen Spender machen das sieht ja auch anders aus da brauche ich Dingsrums äh äh Rotstein ja das probiere ich eben aus ach ich habe das Ding nicht durchlöden lassen hier das da oder Felder das ist ja das wo ich jetzt bin ja ja egal dann ist das halt ein bisschen umständlich ja